FL Studio für die ersten Aufnahmen einrichten. Mein Name ist Herr Rosenthal und ich zeige dir, wie das geht. Los geht's! Wenn du FL Studio startest, hast du automatisch diese Ansicht hier. Das liegt daran, dass FL Studio ein Basic Template lädt. Jedes Mal, wenn du das Programm startest. Hier sind schon ein paar Samples drin. Eine Kick, eine Clap, eine Head und eine Snare. Und auf dem Master ein Limiter. Das möchte ich so nicht, denn wenn ich das Programm starte, soll es für meine Verhältnisse einfach leer sein und keine voreingestellten Sachen beinhalten. Um das zu erreichen, gehen wir hier oben auf File, New from Template, Change Default Template und scrollen hier ein bisschen runter. Hier können wir jetzt unser Start Template aussuchen und das ist bei mir einfach empty. Das bedeutet, wenn ich jetzt das Programm neu starte, gibt es weder Samples, die geladen sind, noch einen Limiter auf dem Master. Das möchte ich nämlich nicht. Um jetzt unsere erste Aufnahme zu starten, sollten wir noch unser Audio Interface auswählen. Das geht hier oben ganz einfach über den Audio Reiter und unter Device wählen wir jetzt unser Interface oder Mischpult aus. Hier in meinem Fall ist es der DN32 USB. Zack! Und bevor wir das Fenster schließen, route ich gerne noch mein Metronom auf den ersten Kanal im Mixer. Und das kannst du ganz einfach hier unten beim Metronom Track machen, indem du einfach den Kanal 1 auswählst. Jetzt schauen wir mal, ob wir auch ein Eingangssignal kriegen, schließen das Settingsfenster und gehen in unseren View Mixer, beziehungsweise können wir auch F9 drücken. Zack! Wählen einen beliebigen Kanal aus und gehen hier oben rechts in der Ecke auf einen Input-Kanal. Ich wähle jetzt den Kanal 25 aus, denn da ist mein Mikrofon eingestellt. Und oben neben dem Fenster, wenn ich da jetzt einmal klicke, müsst ihr euch vergewissern, dass hier External Input Only steht. Und jetzt seht ihr schon hier unten, dass sich etwas tut, und zwar, dass die Anzeige ausschlägt. Und das bedeutet, dass der Kanal scharf geschaltet ist. Auch erkennbar an dem roten Punkt unter dem V-O-Meter. Um jetzt eine Aufnahme zu starten, gehen wir hier ganz nach oben, klicken einmal die rechte Maustaste und vergewissern uns, dass hier bei Audio ein Haken steht. Denn das bedeutet, dass wir nur ein Audio aufnehmen möchten. Du kannst natürlich jetzt auch sagen, okay, ich möchte gerne noch Noten aufnehmen über ein MIDI-Keyboard oder eine Automation. Dann einfach anklicken und auswählen und dadurch könnt ihr parallel auch noch MIDI-Signale mitschneiden. Für unseren Zweck reicht aber nur eine Audioaufnahme. Und bevor ich jetzt hier auf Play oder die Leertaste drücke, möchte ich den Song auswählen, damit meine Aufnahme hier in unserer Playlist erscheint. So, und das testen wir jetzt einmal. Hallo, 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 Test, Test. Aufnahme läuft und es sieht gut aus. Ein Signal kommt an und wird aufgenommen. Zum Beenden einfach die Stopp-Taste drücken oder nochmal die Leertaste. Und schon haben wir eine Aufnahme. Bevor ich mir die jetzt anhöre, muss ich mich vergewissern, dass hier oben dieser rote Punkt nicht mehr am Leuchten ist. Deswegen klicke ich da jetzt nochmal drauf oder drücke ganz einfach R. Weil sobald ich mir jetzt meine Aufnahmen anhöre, würde das Programm automatisch nochmal aufnehmen. Hallo, 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 Test, Test. Aufnahme läuft und es sieht gut aus. Super, funktioniert. Das Ganze können wir jetzt noch auf einen Kanal routen. In meinem Fall möchte ich nicht mehr den Kanal 2, wo ich jetzt eben aufgenommen habe, sondern den Kanal 3 haben. Gehe hier oben auf meinen Mixer und wenn ich jetzt Play drücke. Hallo, 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 Test, Test. Aufnahme läuft und es... Perfekt, sehen wir, dass da auf dem V-O-Meter was ausschlägt bzw. was ankommt. Und so einfach kannst du dir FL Studio einrichten, um die ersten Aufnahmen zu starten. Ich hoffe, das konnte dir ein wenig helfen und ich sag mal bis neulich. Ja, bis jetzt z was. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020